219 von simo trans ja drinnen im spiel und letztes mal hier den wartenden und ich fast die vermutung der fährt irgendwie den hintersten den ganz an war lublexhafen haar mitte fährt er jetzt an und das ist hier der macht eine ganze runde umsonst duisburg autohaus betriebshof das wäre dann der nächste dann lassen wir ihn da erstmal hinfahren dann klappt das auch mit den fahrgästen das war nämlich voll dumm gelaufen würde ich sagen und ich gehe davon aus dass noch der andere der da auch noch ist sehen allerdings jetzt nicht wo der fährt wartet auf freie strecke ist es der lkw der da gerade wartet oder nicht das ohne straßenbahn das ist wahrscheinlich unsere straßenbahn steht da oben war gerade zu sehen das ist wahrscheinlich oder das ist ein anderes auto oder doch dass ein lkw autotransporter ist das okay das müsste ich nur noch den zweiten sehen keine ahnung wo der da oder aber der hat genug das ist also nicht die richtige bahn und er hat er jetzt auch 67 jetzt wird das da auch klappen denke ich meine so wir gehen schnell hier rein gucken was unsere betriebsgewinne machen immer noch bei 530 minus wir brauchen noch die haltestellen um zu sehen wo wir noch passagiere abfertigen können absteigen münster west siedlung flughafen da sind immer noch genug die nach köln fliegen wollen und kriegen wir den von da aus da auch rein nein geht nicht nindo tankstelle wo es denn köln aussiedlung flughafen wollte ich gucken hier steht auch noch der zweite flieger jetzt daneben dann müssen wir mal gerade klein bisschen investieren rollbahn machen und warte halte flugzeug kalt machen das ist das rollfeld machen wir mal hier so so jetzt muss ich husten bin leider ein bisschen krank aber ich wollte euch trotzdem nicht ohne die folge lassen so jetzt kann das zweite flugzeug da landen ich hoffe das ist dann auch ein bisschen finanziell besser für uns der halt kostete vielleicht moment was aber der eine flieger kann dann auch gleich wieder durch starten ich glaube das ist besser so oder so lindau tankstelle ja was ist da west siedlung bahnhof war hier der fährt jetzt immer hin und her ne das ist auch der hier gerade ja und er fährt auch plus ein fährt er jetzt nur dahin und her oder fährt er bis nach gelsenkirchen durch in der malbahn lindau ist das so mal gucken was da passiert ich schätze mal dass es nur noch einer der dahin fährt oder sie und nur einer nenne wie sieht es denn in den anderen an dafür müssen die linie mal aufrufen dann sehen wir das wie es in allen bahnhöfen aussieht na nindau tankstelle gilzenkirchen die wollen aber innerstädtisch weiter beziehungsweise 129 euro nach west siedlung also so ganz rentiert sich das darunter fahren dann nicht für den zweiten zug und die wo ist das irgendwo blinkt so auf oder links da okay die wollen halt zur west siedlung lindau knoten ist dann alles intern fast nach gelsenkirchen will da 39 wollen da und sich also nicht ja das mit dem flieger das ist noch zu überlegen aber dann zweiten brauchen weil das sind ja auch richtig passagiere hier und der in köln wo es in der kölner fluchhafen jetzt müsste verkehrte der beläht ja gleich wieder oder fliegt auch durch den hatte ich eben offen sind beide weg da kommt aber schon wieder einer ja noch mal wussten schuldigung gut der fliegt aber auch schon weiter das heißt das auch genug geladen wieder da fliegt aber wahrscheinlich genitze hohe und da kommt der zweite rein mal gucken ob der gleich wieder nach menschen zurückfliegt muss ich gucken der steht jetzt da und wartet auf beladung okay da war jetzt nichts in der tankstelle wie viel ist monat 23 wo wollen die hin nach sind kirchen wollen da 2000 über köln land bahnhof wollen ja das ist dann die ecd die schnellstraße tankstelle ja frankfurt müllhof betriebshof das wird schon weniger da nur letztes mal auch nach einem lkw geguckt wieder hier so abgefertigt wird das sieht auch noch plus aus naja das geht nicht weil wir das hier oben ja schon offen haben da kriechen schon ganz viele lang die frage wie viel sind hier noch die farbe jetzt fehlt an der farbe jetzt hier papier ist also nicht das problem jetzt ist farbe das problem war das jetzt ein lkw oder zwei ach so das ist noch weiter oben gewesen ja der wartet jetzt hier auf ladung und das ist der farbe lkw ja und da fehlt jetzt irgendwie noch der könnte öfter fahren aber auch mehr öl sind wir hier brauchst mehr öl genau so ist es wir kriegen wir dabei öl mehr hin wer ist lieferant fürs öl na nur die pferde kopfpumpe oder was öl insel der fährt doch da schon hin gucken ob du das auch für uns mitnimmt hier unten aber eigentlich schon hatte ich doch glaubt eingerechnet oder kommt schon er bringt nach frankfurt wald bahnhof aber nur zum öl kraftwerk super und hier steht dann lkw und will das dahin bringen oder vertue ich meine habe ich gar nicht angelegt kann das sein hatte ich nicht da mal ein lkw drauf oder an der fuhr hier lang glaube nicht da lang vielleicht sollte man da mal ganz schnell ein noch hinschicken dann könnte das ja vielleicht klappen oder was sind denn für linien drauf ja da ist kein chemiewerk bei glauben dann sollte man meinen frankfurt schnellstens vielleicht noch ein lkw holen öl war der letzte an der große und fahrplan und dort nach dort frankfurt wald 100 prozent laden neue linie frankfurt wald hafen nach frankfurt na da muss man bin der strich zwischen frankfurt chemie fast schließen da genug buchten da vorhanden sind kopieren wir das mal gerade und machen zwei dahin und gleich einen davon ausgewählt und gucken uns dann an so chemiewerk kriegt jetzt erstmal was das können wir zu machen da ändert sich gerade sowieso nichts weil er das öl hin muss so er fährt jetzt schon wieder da oben ohne also nicht oben ohne sondern ohne passagiere ist jetzt darum kurve gefahren und der wartet da ist ja jetzt auch nicht so prickelnd oder jetzt fährt er durch die beiden zuckeln jetzt zum hafen was mit mir ach so den beobachten wir gerade wegen dem papier ja der fährt aber plus okay entschuldigung noch mal so das sind die öl tanker das ist ein großer öl tanker den haben wir wegen denen aufgemacht um nicht wird da gleich was für den mitgebracht weil er mich gerade am hafen aber geliefert so hier das sind die druckfarben schließen brauchen wir jetzt gerade nicht dass die druckerei da wissen wir dass die druckfarben fehlen mehr auch nicht bücher werden dann abgeholt schon immer das passt so der fährt plus ein wer ist das in der tankstelle betriebshof nach dass der lindauer hier gab es letztens eine relativ große summe die darunter gegangen ist das sieht nicht gut aus könnte sein dass wir nächste runde kaputt sind diesen monat sozusagen erst april gut der fährt plus der fährt auch fluss brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern hier ist jetzt auch nicht wichtig und da auch nicht das ist wohl okay wo steht er ach so erwartet jetzt auf dem schiff so es ist besser wie letzten monat was haben wir noch für möglichkeiten in der west siedlung hatten wir schon frankfurt müllhof sind wir bei gewesen köln aussiedlung war klar köln land bahnhof wo ist der okay das ist da der fährt nach mit mainz nicht nach münster nach mainz der fährt hier einer irgendwie hin wo ist der wahrscheinlich hierhin irgendwo bei den kohlekraftwerken oder ich sehe ihn jetzt überhaupt nah das ist der falsche wo ist er denn bitteschön ich sehe ihn jetzt gerade gar nicht tschuldigung wo ist bitteschön dieser zug der personen transportieren soll ach da ist er jeder fährt plus ein und tendenziell neigt das dazu dass man einen zweiten von drauf setzen oder wie da mal hin und der war das der war das und ein entzug ist das dann das müsste der sein lass den mal so klein wie passagiere waren das 444 ok und der kommt auf welche route linie regionalbahn mainz wo ist der rb jetzt bitteschön da unten so und dann starten wir auch er wartet jetzt auf freie strecke gut wo ist der fahrplan mainz land bahnhof fährt nach da oben können wir glaube so lassen ja der fährt jetzt die schleife ist aber egal gut dann müssten da ja auch zu den kohlekraftwerken wieder welche befördert werden dann müsste er auch gleich voll sein so wie sie was macht unser hier gefällt mir gar nicht kriegen auch nicht hin 6 april jetzt kommt es gerade ein bisschen höher so jetzt hat er auch für die druckerei öl dabei wie man sieht so jetzt einzelne werte sind dann chemiewerk 10 kubikmeter raffinerie auch keine ahnung wer das schafft ach das ist auch interessant dann fährt das hier hin die lkw fans da hin und von da aus geht es dann noch weiter mit dem lkw der von der anderen seite kommt ob das was wird wollen wir hoffen da hat simo trans wieder ein weg gefunden gut die warten und 45 kubikmeter sind 10 dabei oder 20 naja je nachdem wie sich es verteilt was haben wir jetzt noch hier wo das kommt schon ein bisschen höher das ist schon mal was ich könnte mir vielleicht noch einen monat überleben wenn das weiter hoch kommt so das ist der alte mainzer den können wir mal zu machen den brauchen wir nicht das ist der neue und der macht gerade schon plus ja das ist doch auch super schon mal hier haben wir eine waage drin wäre schön wenn er da mal irgendwo landet was jetzt hier passiert man nix das schiff ist noch auf dem meer das hat schon entladen ok dann war es wahrscheinlich der andere lkw den hatte ich offen der ist beladen dann ok ja ich glaube hier können wir es auch brauchen wir nicht weiter gucken der wird wohl auch bloß einfahren so wie das aussieht er fährt schon zum ersten kohlekraftwerk hat 130 passagiere da drin und wie viel wird er gleich drin haben ist die frage wenn er angekommen ist ok gut ja dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch wieder reichen nächstes mal müssen wir noch weiter beobachten das schiff ist ja prima wie weit ist das dauert noch eine weile bis es da ankommt und dann müssen wir mal schauen wie es weitergeht ok recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss